Hallo Very Big Bitches! Ja, wir wollten heute ein What's In My Bag Video drehen und alles ist in meiner Clutch, also in unserer Clutch, die haben wir uns zusammen gekauft, weil die richtig teuer war. Die sieht so aus, die ist von Softies, Regina. Ja, und da zeige ich euch, also jetzt habe ich da nur Taschentücher drin, aber wir zeigen euch jetzt einfach mal, was wir jetzt da rein tun. Als erstes haben wir da eine Uhr drin, ja, falls wir auch mal unsere Armbanduhr vergessen. Ein Kosmetikkoffer, die muss man immer dabei haben. Ein Kleiderbügel, weil ich die aus dem H&M oder sowas nicht mag, also die sind wirklich grottenschlecht. Eine Socke, ups, wie kommt die denn da rein? Eine Wärmflasche, falls mir mal kalt ist. Klopapier, falls ich mal in die Büsche muss. Warte, jetzt. Wenn weit und breit kein Klo da ist. Da ist. Mein Teddy, die ja ganz schön und scharf ist, ähm, falls ich mal, wie heißt das, kuscheln möchte. Und ein Kassettenfilter, äh, falls wir mal Musik hören möchten. Ein Fernseher, falls ich mal fernsehen will. Ein Telefon, um meine Mama anzurufen. Und eins, um meinen Papa anzurufen. Ein Stuhl, falls ich mich mal hinsetzen möchte. Geschafft. War ganz schön knifflig, alles reinzubekommen. Ja, und das war dann auch alles schon in unserer Tasche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.